Die Mainers-ER-Marie-Brunners-Sucher-Spieler hat zwar auch mit ihren Schützigen, die die Wiener-Brunners-Schützer nehmen. Wir haben vor zwei Jahren gehabt, als ich mit der U13 gegen Wiedervoll gespielt habe, als also vor dem wir noch gewohnt haben, das war nicht schlimm, also kann ich nicht einmal auch mit der U13 gegen Wiedervoll. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.